Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch Tutorial Reihe. Heute geht es weiter mit unserem Code, der hier unser Card Pole in der Mitte halten soll. Und ja, wir starten einfach direkt wieder durch. Mir sind allerdings hier noch zwei Fehler aufgefallen, die ich letztes Mal leichtsinnigerweise, weil wir es natürlich noch nicht ausprobiert haben, sonst fällt mir das immer direkt auf, aber die ich da noch nicht gemerkt habe. Und zwar hier fehlen natürlich die Klammern, das habt ihr wahrscheinlich sofort gesehen und habt mich dafür ausgelacht. Und hier muss ein Bodenstrich rein, das Ding heißt nicht RGB Bindestrich Array, sondern RGB Bodenstrich Array. So, und ja, jetzt kann man eigentlich, das habe ich eigentlich auch letztes Mal noch machen wollen, aber ja, warum auch immer ich das nicht getan habe, jetzt kann man hier einfach sagen, man möchte das ganz gerne haben und zwar über Matplotlib kann man sich jetzt das Ding anzeigen lassen. Und das machen wir erstmal, also ganz am Anfang, unser Spiel muss natürlich neu gestartet werden, deswegen sagen wir hier environment.reset, das ist das. und dann wollen wir das ganze Ding anzeigen. Und das machen wir, indem wir hier schreiben Plot.figure, dann sagen wir hier Plot, ups, Plot.image, Image, ja, imshow, sorry, ich mache da immer das G rein, weil in meinem Kopf da irgendwie ein G rein muss. Dann probieren wir, oder wollen wir natürlich das GetImage, das Image wollen wir anzeigen lassen, das wir hier gerade aus der Environment gezogen haben, klar, oder? Das wollen wir allerdings, oder das müssen wir besser gesagt auf die CPU übertragen, denn das Ganze ist nicht GPU-fähig, also wenn wir hier irgendwelche cooler Sachen reinpacken, das wird einfach von Matplotlib so nicht unterstützt. Dann müssen wir natürlich die Batch-Dimension entfernen, das machen wir mit Squeeze 0 und dann müssen wir das Ganze wieder so umpermutieren, also das hier ist die Variante, wie es angezeigt werden soll für PyTorch, beziehungsweise es wird nicht angezeigt, sondern es wird halt so in PyTorch besser verarbeitet. Allerdings müssen wir hier das Ganze wieder umwandeln zum Anzeigen. In unserer Matplotlib brauchen wir wieder 1, 2, 0, das heißt wir drehen es quasi gerade wieder um und haben wieder die ursprüngliche Darstellungsweise, das braucht man leider so. Und dann braucht Matplotlib natürlich keinen Tensor, sondern ein NumPy Array. Okay, so und als allerletztes wollen wir noch die Interpolation ausstellen, damit das Ganze auch flüssig läuft. Upsala, sorry, bin gerade ans Mikro gekommen. Okay, so und ja, jetzt können wir das Ganze Ding einfach anzeigen, Matplot.show und wir können direkt sehen, wie das Ganze aussieht. Bam, so wir sehen hier dieses wunderbare kleine Teil als extra Figure und ja, das ist eigentlich auch schon alles, also es ist nicht wirklich, naja, nicht wirklich was Besonderes, es bewegt sich natürlich einfach mal nicht. Okay, also was wollen wir jetzt machen? Wir wollen unser Modell trainieren. Na gut, wie machen wir das Ganze? Wir brauchen erstmal natürlich unser Modell, das wird wahrscheinlich jetzt in zwei Videos passieren. Ich mache das hier mal ein bisschen weiter nach unten, weil wir jetzt hier quasi was Neues anfangen. Und das hier oben, das mache ich jetzt hier erstmal wieder raus, also die Figure, Ups, Image, Show und Show mache ich hier mal weg. So, resetten können wir es aber trotzdem am Anfang. Okay, was wollen wir jetzt also machen? Wir definieren uns her erstmal unsere ganzen Sachen. Zum Beispiel brauchen wir ein Model ist gleich Netz, wie immer. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich erstmal auf Cuda setzen, das heißt Model ist gleich Model.cuda. Achtung, den Schritt, das müsstet ihr mittlerweile aber glaube ich wissen, den Schritt hier dürft ihr nur machen, wenn ihr auch wirklich eure Grafikkarte benutzen wollt, das heißt auch wenn es wirklich nur eine Nvidia Grafikkarte ist. So, dann wollen wir einen Optimizer haben, ganz klar, Optimizer ist gleich Optim Punkt. So, jetzt benutzen wir mal was Neues und zwar den sogenannten RMS Prop. Das ist ein ziemlich cooles Teil, das benutzt nämlich eine dynamische Lernrate, das heißt die Lernrate, die ist nicht, also bei vielen Algorithmen ist die Lernrate irgendwann halt einfach unglaublich geringer und quasi nicht mehr vorhanden, das heißt die lernen eigentlich gar nichts mehr nach einer bestimmten Periode. Und hier RMS Prop macht es eigentlich so, dass die Lernrate immer kleiner wird, allerdings wird der Faktor, durch den sie geteilt wird, also die Lernrate sagen wir mal, ist am Anfang 2, also nur als Beispiel, nur damit wir Zahlen haben, danach ist sie 1, danach ist sie 0,5 und so weiter und so fort, also sie wird quasi immer durch 2 geteilt, was natürlich hier irgendwann darin resultiert, dass die Lernrate quasi nicht mehr vorhanden ist. Bei RMS Prop ist es allerdings so, dass man hier am Anfang von hier aus durch 2 teilt, dann teilt man nur noch, keine Ahnung, durch ein bisschen was Kleineres, dann teilen wir nur noch klein und so weiter und so fort, also sie sinkt halt immer langsamer sozusagen. Und das ist der coole Vorteil hier, das heißt wir haben sozusagen einfach eine Lernrate, die nicht irgendwann verschwindet. Ja, wir brauchen natürlich hier wieder die Model Parameters drin, also wie gesagt hier mit diesen RMS Prop und so weiter, was ihr da verwenden könnt, würde ich euch einfach mal empfehlen auszuprobieren erstens mal und zweitens natürlich zu überlegen, was vielleicht für euer Modell am passendsten ist, ähm, genau. Okay, dann brauchen wir noch ein Memory, ist gleich, wupsala, ist gleich, ähm, nein, nicht Netz, Memory natürlich. Ähm, und zwar, ja, wie viel wollen wir hier eigentlich reinstecken an Capacity? Ich würde jetzt hier mal vielleicht sowas wie, ähm, keine Ahnung, wie 16.384 oder sowas reinzustecken und dann haben wir eigentlich hier ein recht gutes Memory, würde ich mal sagen. Also wir können hier jetzt 16.384 Schritte speichern, das ist schon echt ordentlich. Okay, dann, ähm, schreiben wir uns noch eine Variable, die nennt sich done, ist gleich 0 und, ja, dann starten wir das Ganze. Okay, was brauchen wir noch? Naja, wir brauchen erstmal, also wir können nicht einfach direkt die Training Loop schreiben, offensichtlich, weil wir hier irgendwie erstmal noch die Sachen verarbeiten müssen. Und, ähm, ja, eine wichtige Sache ist natürlich, welche Aktion wollen wir denn eigentlich wählen? Und das ist das Problem da dran, wir müssen irgendwie definieren, was wir jetzt eigentlich gerade machen wollen, beziehungsweise, ja, wie, wie bekommen wir raus, was wir gerade machen wollen? Dazu schreiben wir uns noch eine neue Methode, äh, getAction. Und die bekommt natürlich einen Zustand, denn wir wollen uns anhand von dem Zustand entscheiden, was wir eigentlich jetzt als nächstes machen wollen. Das heißt, wir bekommen hier einen State rein. Und jetzt können wir uns hier überlegen, okay, was tun wir? So, ähm, jetzt, und wenn ihr euch an die Formel für Reinforcement Learning erinnert, dann gab es da immer so einen kleinen Faktor, der angegeben hat, ob wir jetzt wagemutig sind und was Neues ausprobieren oder ob wir das nicht sind. Und das müssen wir natürlich auch erstmal modellieren. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist hier, wir schreiben uns ein Epsilon, das war der Parameter. Epsilon ist gleich random.random. Das Tolle ist, random.random liefert euch einen zufälligen Flow zwischen 0 und 1, also eine Wahrscheinlichkeit. Und das ist genau das, was Epsilon eigentlich angibt. Eine Wahrscheinlichkeit, dass wir fancy sind, sozusagen. Okay, jetzt wollen wir natürlich hier das Ganze nicht einfach nur so machen. Wir wollen unser Epsilon ein bisschen normalisieren. Das heißt, wir müssen irgendwie auch rausfinden, ab wann wollen wir denn jetzt eigentlich fancy sein. So, Epsilon war jetzt quasi unser Würfelwurf und wir wollen jetzt sagen, okay, wenn es größer ist als ein gewisser Threshold, als ein gewisser Schwellwert, dann wollen wir, ähm, ja, eben diese fancy Aktion durchführen. Ansonsten bringt uns ja dieses Würfeln hier nichts. Und diese fancy Aktion, die berechnen wir, also wir berechnen diesen Schwellwert, besser gesagt. Wir wollen nicht einfach fest irgendwas randommäßiges machen, beziehungsweise wir wollen nicht fest den Schwellwert setzen, sondern wir machen das Ganze dynamisch. Und zwar anhand von den Schritten, die wir eben benutzen wollen. Und das sind auch Tuning-Parameter übrigens hier, also das heißt, da kann man ein bisschen dran rumspielen und kann wieder mal probieren, das Ganze besser zu machen. Das heißt, wir schreiben uns jetzt hier unseren Threshold ist gleich, so, und ja, als was definieren wir uns das jetzt? Jetzt machen wir hier oben drüber mal ein paar Konstanten hin und zwar, oder was heißt Konstanten? Ein Tuning-Parameter, wie ich es gerade schon genannt habe. Wir sagen, Epsilon End ist gleich 0,02. Was dann ungefähr bedeutet, also wenn wir wirklich ganz am Ende sind, also wenn wir quasi alles gelernt haben, dann haben wir noch einen Zufallswert, um neue Sachen auszuprobieren, von 0,02. Aber wie gesagt, das kann man hier einfach umwandeln. Also 1,0 wäre immer Zufall zu machen und 0,0 wäre niemals Zufall zu machen. Ein bisschen Zufall ist immer gut, selbst wenn man schon ein recht gutes Gedächtnis hat, würde ich jetzt mal behaupten, denn es kann ja sein, dass man irgendwie noch ein bisschen besser wird. Oder dass man sich irgendwann mal verschätzt hat oder sowas. Also immer mal wieder was Neues sozusagen ausprobieren. Und dann brauchen wir, wenn wir ein End haben, auch noch ein Start. Das ist das, was wir sozusagen als Schwellwert wählen, wenn wir ganz am Anfang sind. Und ganz am Anfang wollen wir natürlich sehr, sehr viel Neues ausprobieren. Deswegen machen wir hier 0,95. Also am Anfang quasi immer oder fast immer neu ausprobieren und sich fast nicht auf die vorhandenen Memory-Sachen hier verlassen. Und wenn wir am Ende sind, dann fast nur noch auf unser Gedächtnis verlassen, sozusagen. Okay. Und ja, dann wollen wir natürlich noch ein, wie stark soll das Ganze denn jetzt absteigen? Das heißt, wie viele Schritte wollen wir denn jetzt so definieren? Und das sagen wir jetzt hier erstmal als Apps, äh Apps Steps ist gleich. So und da nehme ich jetzt einfach mal circa 250 oder sowas, damit wir eine runde Zahl haben. Okay, gut. Jetzt, wie berechnet sich unser Schwellwert? Unser Schwellwert ist natürlich erstmal am Anfang. Wenn wir ganz am Ende sind, dann ist es Apps End. Okay. Aber, wenn wir am Anfang sind, dann wollen wir das natürlich nicht. Das heißt, wir schreiben uns hier hinten den Apps Start minus Apps End. So, wann befinden wir uns denn am Start und wann befinden wir uns am Ende? Und das müssen wir jetzt hier noch definieren. Also aktuell steht hier einfach Apps Start. Das ist das, was da steht. Und jetzt wollen wir sozusagen die Komponente des Verschwindens machen. Also quasi den Übergang zwischen Start und End. Und das machen wir, indem wir hier mit der E-Funktion arbeiten. Die steht tatsächlich auch in der Formel drin. Das heißt, wir sagen hier Marv... Oh, okay. Marv habe ich noch nicht importiert. Äh, dazu gehen wir hier erstmal nach ganz oben wieder. Ich mag eigentlich meine Imports lieber ganz oben. Manchmal sind sie auch später. Man kann sie überall hinschreiben eigentlich. Aber, ähm, ja. Ich mag sie eigentlich am liebsten, wenn sie ganz oben stehen. Dann weiß man, wo man suchen muss. Okay. Marv.Exponent... Also, das bedeutet im Endeffekt E hoch das, was hier drin steht. Und E hoch das, was da drin steht. Naja, wir sagen hier Minus 1. Ähm, das Ganze wollen wir als Float rechnen. Deswegen hier der Punkt hinten dran. Mal, naja, wie weit sind wir denn schon? Also, wie viele Schritte haben wir schon getan? Geteilt durch, wie viele Schritte haben wir denn hier definiert als Decay? Sozusagen. Das heißt, wir wollen hier E hoch Minus, ähm, dann geteilt durch die Apps Steps. App Steps. He he. Okay. Ähm, genau. Und ja, wenn wir das hier berechnet haben, dann definieren wir uns erstmal neu, dass wir schon... Ja, dann geben wir erstmal ein bisschen... Halt, stopp. Wir müssen natürlich zuerst noch unsere Done-Schritte erhöhen. Done ist gleich Done plus 1. Ah, und dann wird mich hier gerade als nicht erkannt definiert. Wo wir es hier oben hingeschrieben haben, naja, wir müssen es hier halt als Global definieren. Ups, Global Done. So, jetzt haben wir die richtige Variable. Okay, und das ist die hier. Und, ähm, ja, die haben wir jetzt um 1 erhöht einfach. Und sagen jetzt hier, okay, wenn wir über dem Threshold sind, dann wollen wir einfach in unserem Gedächtnis nachgucken, sozusagen. Beziehungsweise nicht in unserem Gedächtnis nachgucken. Ich sag die ganze Zeit Gedächtnis. Ich meine natürlich hier nicht das Memory direkt, sondern ich meine, ähm, wir wollen sozusagen das tun, was uns das Model empfiehlt. Also, das, was es gelernt hat, das, was es sich gemerkt hat. So war das eigentlich eher gedacht. Ähm, und ja, wir wollen das sozusagen da reintun. Und falls wir eben unter dem Threshold liegen, also dem hier, dann wollen wir, ähm, einfach was Zufälliges tun. Und ja, das machen wir jetzt erstmal. Also, if, ähm, Epsilon, Epsilon, wenn das größer, ups, als der Threshold ist, dann wollen wir was machen? Naja, wir wollen unser, ähm, wir wollen unserem Modell folgen. Also das, was wir getan oder was wir schon gelernt haben. Return Model von, so, und was bekommt unser Model jetzt als Input? Und das ist eigentlich relativ simpel, nämlich unseren Zustand. Das bedeutet, wir sagen hier einfach Zustand da rein. Und er, äh, kann sich natürlich hier verändern. Wallet, ach, Mann, warum wird mir das eigentlich nie vorgeschlagen hier? Okay, ist gleich True. Und dann muss das Ganze natürlich noch als Float Tensor gemacht werden, beziehungsweise als Tensor. Ihr könnt eigentlich hier beides reinschreiben, weil wir oben definiert haben, dass Tensor gleich Float Tensor. Ähm, achso, halt, stopp. Ich habe hier was Wichtiges vergessen. Und zwar, wir wollen das Ganze natürlich hier als Variable eingeben. Und nicht einfach nur so den Zustand eingeben. Der Zustand wird uns hier nicht als Variable übermittelt werden. Das machen wir nachher. Ähm, wie uns der Zustand hier tatsächlich reinkommt. Huch, was ist jetzt passiert? Ja, jetzt ist es besser. Okay. Ähm, dann wollen wir natürlich nicht den kompletten Output zurückgeben von unserem Model, sondern nur unsere Data. Punkt Max One. Also, das heißt, die erste Dimension ist wieder mal wichtig für uns hier. Und wir wollen das Ganze auch noch ein bisschen anders viewen. Und zwar 1,1. So, perfekt. Falls das jetzt nicht der Fall ist, also falls das Epsilon hier kleiner ist, oder kleiner oder gleich dem Threshold, ähm, dann wollen wir folgendes tun. Dann wollen wir nämlich hier sagen, okay, wir wollen jetzt eigentlich nur einen zufälligen Long Tensor zurückgeben. Das heißt, wir sagen hier Return Long Tensor. Und zwar, naja, ein Long Tensor aus was? Einfach irgendwas zufälliges. Random Punkt, ähm, Randint von 0 oder bis in zu. Also, der größte Wert, der rauskommen darf. Der kleinste ist 0, der größte ist 1. So, und das ist im Endeffekt das, was wir jetzt hier gebaut haben. Oder was wir hier jetzt machen wollen. Wir wollen eine zufällige, eine zufällige Zahl, äh, zwischen, oder entweder 0 oder 1 halt haben. So, äh, das war die erste Vorbereitung dafür. Und jetzt haben wir ein, sozusagen, eine Aktion ausgewählt. Entweder benutzen wir unser Model oder wir benutzen Zufall. Das ist der, die Exploration, habe ich es immer genannt. Und ja, nächstes Mal geht es dann weiter. Also, wir sind noch nicht wirklich am Training. Wir sind eigentlich sozusagen in der Vorbereitung, aber wir sind nahe dran zumindest. Okay, das war es von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.